Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Mondorakel Mondtag ist ein Mondtag. Mond beeinflusst unseren Gefühlen. Mond ist eine weibliche Energie, symbolisiert auch das Gebende, das Mütterliche, aber auch die Empfängnis. Mond beeinflusst auch unseren Träumen. Mond löst etwas aus in unserem Alltag, sorgt für kleineren Veränderungen. Im körperlichen Ebenen beeinflusst Mond unseren Wasserhaushalt. Mond hat gerade eine abnehmende Mondphase. Abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas zu starten, was abnehmen soll. Trotzdem sollen wir die einzelnen Tage auch berücksichtigen, weil es gibt immer wieder Spannungen und dann ist es doch nicht die richtige Augenblick, etwas zu starten. Und das ist immer bei Halbmond zum Beispiel, weil dann fehlt die Ausgleich. 6. Juli, 6. Juli am Freitag ist Halbmond. Und das bedeutet, Sonne, Mond, Erde stehen in Verbindung. In diesem 6. Juli ist die Sonne im Krebs. Unser Planet Erde ist in Steinbock. Mond ist dann in Tierkreis zeichnen wieder. Verbindet sich drei Elemente, Wasser, Erde und Feuer. Und es fehlt dem Luftelement. Das wird dann Freitag sein. Das gibt die Gleichgewicht. Und wir sollen Freitag von etwas beim Freien aufatmen, in Leichtigkeit zu kommen oder Gespräche führen oder etwas spielerisch betrachten. Dann haben wir die Gleichgewicht. 4. Juli, und das ist Mittwoch, erreicht Mond, Neptun in Tierkreis zeichnen Fischen. Natürlich fährt die Intuition, die Inspiration, die Träume, die Visionen, die Sehnsüchte sehr intensiv sein. Das aktiviert auf jeden Fall die Mondbewegung. Im 5. Juli, und das ist Donnerstag, erreicht Mond Chiron. Und das ist ein Kleinplanet, was zeigt, wo weh tut. Aber gleichzeitig auch die Heilung. Also Mond aktiviert. Wir spüren, wo schmerzt oder kommt Krankheit. Aber gleichzeitig die Lösung, die Heilung. Weil diese Heilenergie wird auch aktiviert. Anfang der Woche bewegt sich Mond noch in der Tierkreis zeichnen Wassermann. Das ist Luftelement und sorgt natürlich die Leichtigkeit, unseren Ideen umsetzen. Und dieser Wassermann-Mond unterstützt natürlich die Wassermann-Geborenen, die Zwillingsgeborenen, die Wagen-Geborenen, die Wiedergeborenen, die Schützen-Geborenen. Hilft auch bei Fischen-Geborenen und Steinbock-Geborenen und zeigt etwas, spiegelt etwas für die Löwen-Geborenen. Weil Anfang der Woche brauchen die Löwen-Geborenen die Ausgleich. Es gibt zwei Tierkreis zeichnen, die das Gefühl haben, die Luft geht aus, sie können nicht atmen, etwas bedrückt. Und das wird die Tierkreis zeichnen Stier und die Tierkreis zeichnen Skorpion sein. Anfang der Woche. Aber das geht zum Glück schnell vorbei. Eine gewisse Unsicherheit vermittelt dann für Jungfrau-Geborenen und für die Krebs-Geborenen. Dann übergeht der Mond. In Tierkreis zeichnen Fischen. Und dieser Fischen-Mond bringt etwas im Fluss, intensiviert unseren Gefühlszustand, unseren Träumen, Visionen, unseren Instinkt, unsere Inspiration auch. Und das spüren die Fischen-Geborenen, die Krebs-Geborenen, die Skorpion-Geborenen, auch die Stier-Geborenen und auch die Steinbock-Geborenen, kommt etwas im Fluss. Dieser Fischen-Mond hilft für Wassermann-Geborenen und Wieder-Geborenen. Und für die Jungfrau-Geborenen ist das etwas Spezielles, weil dieser Fischen-Mond spiegelt etwas für die Jungfrau-Geborenen. Und die Jungfrau-Geborenen sollen dann darauf achten, im inneren Gleichgewicht zu bleiben. Dann übergeht der Mond in Tierkreis zeichnen Fitter und es ist 5. und 6. Juli. Und das ist gut für einen Neuanfang. Ein Neubeginn kommt auch die Begeisterung. Und da sind Veränderungen möglich. Und dieser Kraft, Mut, etwas Neues zu starten, das haben die Wieder-Geborenen, die Löwen-Geborenen, die Schützen-Geborenen. Das unterstützt die Stier-Geborenen, aber auch die Fischen-Geborenen. Das ist eine gute Energie für die Wassermann-Geborenen und für die Zwillings-Geborenen. Und die Wagen-Geborenen spiegelt das etwas. Zwar im inneren Gleichgewicht, bleibe mutig zu sein, klare Entscheidungen treffen. Dann übergeht im Tierkreis zeichnen Stier. Dann ist der Mond im Erde-Element. Und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Beruf, Finanzen zum Kümmern. Auch Veränderungen, unerwartete Ereignisse sind zum Erwarten. Der Mond erreicht Uranus im Tierkreis zeichnen Stier. Das unterstützt natürlich die Stier-Geborenen, die Steinbock-Geborenen, die Jungfrau-Geborenen, auch die Fischen-Geborenen und die Krebs-Geborenen spiegelt etwas für die Skorpion-Geborenen. Und das bedeutet für die Skorpion-Geborenen dann am inneren Gleichgewicht bleiben und wahrnehmen, welche Einflüsse, welche Veränderungen kommen von außen. Dieser Stier-Mond hilft etwas für die Wiedergeborenen und Zwillings-Geborenen. Eine gewisse Einschränkung verspüren dann die Löwen-Geborenen und die Wassermann-Geborenen. Und Unsicherheit löst aus bei Schützen-Geborenen und Wagen-Geborenen. Das ist die Bewegung des Mondes bis 9. Juli. Und jetzt schauen wir die Legung an. In der Mitte, diese Karte zeigt an, die Hauptthema, was unseren Gefühlen beeinflusst oder die kleineren Veränderungen anzeigt. In diesem Bild zeigt die Sehnsüchte. Diese Dame schaut im Fenster raus und hat ihre Sehnsüchte. Gleichzeitig die Unbeweglichkeit und die Traurigkeit. Natürlich berührt das unseren Gefühlen. Entweder habt ihr die Sehnsüchte und eine gewisse Traurigkeit dabei. Kann auch bedeuten, dass jemand an euch denkt, hat die Sehnsüchte und die andere ist traurig. Also die wichtige Thema ist in den Tagen, was unseren Gefühlen beeinflusst. Das sind die Sehnsüchte mit einer gewissen Traurigkeit. Und durch diesen Gespräch verändert sich etwas oder beeinflusst unseren Gefühlen. Weil hier bei diesem Orakel geht es um Mondenergie. Es sind Lügen und Intrigen. Wir sollen achtsam sein, welche Informationen kommen auf uns zu, ob wir überhaupt alles glauben sollen. Oder kann auch bedeuten, dass ihr Sehnsüchte habt, ihr wollt über Gefühle sprechen und das wäre verkehrt. Also wäre besser ihr Schweigen. Natürlich kann das auch ein Hinweis sein, das wäre falsch, über Gefühle zu sprechen zur Zeit. Diese Karte kann auch bedeuten, Verträgen. Achtsam sein, auch bei Verträgen, weil das kann auch Betrug sein oder führt zum Verlust. Liebe Partnerschaft, wie beeinflusst das die Gefühle? Es ist ein Treffen. Und dieses Treffen ist sehr leidenschaftlich und das befreit auch. Es werden auch klare Entscheidungen getroffen. Aber die Zahl 5 erzählt etwas. Es sind noch Einflüsse von außen. Entweder ein dritter Person im Hintergrund oder Gefühle, was beeinflusst die Liebe. Und das können Gefühle sein wie Angst oder Zweifel. Und dann ist wichtig, das Loslassen. Welche Richtung sollte ihr die Aufmerksamkeit lenken? Weil da braucht ihr Kraft. Das zeigt diese Karte an. In diesem Bild erscheinen die Verletzungen, verletzten Gefühlen oder eine Krankheit. Und es ist auch wichtig, da eine Heilung zu bringen. Aber die Münzen bedeuten oft die Finanzen, Verlust. Und dann können wir die beiden Karten zusammenfügen. Wenn hier ein Vertrag unterschrieben wird in den Tagen, das kann zum finanziellen Verlust führen. Natürlich auch zum verletzten Gefühlen. Die rechtliche Lage oder das Glück, beide in einem Platz. Das Glück ist die Ausstrahlung und Auftreten. Das heißt, alleine mit eurem Auftreten könnt ihr die anderen beeindrucken. Und in die rechtliche Lage kommt eine Verbesserung. Und weil hier auch um Glück geht, die Chancen, Möglichkeiten sind da, dass ihr dieses Glück anzieht. Welche Lernaufgabe gibt, und das hat mit Gefühlen zu tun, weil immerhin ist das ein Mondorakel, konzentriert zu sein. Im Bild sehen wir zwar die Finanzen, das Geld, aber die Bilder haben symbolische Bedeutung. Und das muss nicht das Geld sein. Kann sein, aber muss nicht. Auf jeden Fall ist wichtig, dass all das, was euch gerade begeistert, wo ihr das Gefühl habt, weil ihr das lebt, und ihr setzt es als Ziel. Die Lernaufgabe ist die Konzentration. Was ändert sich in den Tagen? Das, was momentan unbeweglich erscheint, kommt eine Veränderung und kommt alles in Bewegung. Welche Träume kommen zur Erfüllung? Welche Visionen, welche Träume habt ihr? Das ist die liebe Partnerschaft, ein Treffen, eine Verabredung oder jemanden kennenlernen. Hier wird noch Grenzen gesetzt, über diese Grenzen zu gehen, befreien von etwas. Das sind die Wünsche und die Träume und die Chancen sind da, dieser Wunsch, dieser Traum zu erleben. Die beiden Karten haben auch Ähnlichkeit, diese Sehnsucht, was das Hauptthema ist, kommt zur Erfüllung, kommt etwas in Bewegung. Hier die Veränderung, die Bewegung und hier ist schon die Verabredung. Was gibt in den Tagen euch Kraft? Und das ist das Inneren Kraft und das sind die Chancen und Möglichkeiten zu erkennen. Kommen Überraschungen, unerwartete Ereignisse und das sind schon Chancen, Möglichkeiten. Astrologisch würde das 9. Juli sein, wo Mond erreicht Uranus und das sind plötzliche unerwartete Ereignisse. Natürlich sind es auch Chancen. Und das war dieser Mondorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.